Ja du mutest! Ja ja Wuuuh! Gemütet! Alter ich bin so... Es wird lustig Wo ich dann Mikro wieder muten und dann wenn ich ausraste Nein! Oh nein! Wir verlieren! Nööööö! Korb! Juhu! Ich kack wohl ab! Ich weiß gar nicht mehr wie das war Ähm was? Achso wir müssen die Koffer packen lassen Ach! Warte mal rennen! Äh fast Äh... Hoch? Äh, hoch? Ach, ja, hier, übernehmen. Ah, wie kann man sich nochmal bücken? Wie war das nochmal? Ah, so. Ey, du kannst auch einfach außen rumlaufen. Haha, echt jetzt? Ach nee, du musst ganz da drüber, oder? Ja, ich glaub schon. Ja, du musst irgendwie da hoch. Weißt, du musst da vorstehen. Höh? Aua. Ja, ungefähr so. Ich bin da hinter. Ja, au! Hahaha! Oua. Mach euch auf. Ey, das ist aber nett. Wir sind da hochgekommen. Aua. Mit dem Hammer. Lalalalalala. So. Ähm. Jetzt. Oh nein. Ich geh wieder. Aua. Sicher? Das ist ein Koop, ne? Das heißt, wir müssen alle durchkommen. Oh. Wir zwei. Ah. Ah. Ups. Nein, meine Beine. Ich bin... Natürlich. Oh. Ich bin... Ups. Nein. Ich bin... Ich bin noch als Gehirn da, warte ich dir drauf. Kann man? Aber ich glaub ich muss als ganzer Körper drauf. Ja. 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 Kopf geht immer auf ihn nicht. Ich muss nochmals ganz einfach sein. Scheimkleister. Stimmt. Äh, Scheiße. Mein Körper lag da. Aua. Mist. So, so nicht. Wir vertackten den Koop ist immer doof. Das Spiel hat einen Bug. So. Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Ah. Hat jemand aufgemacht? Das weiß ich nicht. Ja, hier ist was aufgegangen. Warte. Oh, okay. Oh. Kann ich denn mal... Jetzt wo ich gerade... Oh nein. Oh nein. Wo müssen wir denn hin? Oh nein. Warum springt ihr denn ausgerechnet dann? Ach so, komm. Ach so, komm. Hier ist noch ne Tür aufgegangen. Hier ist noch ne Tür aufgegangen. Ja, ich hab noch was aufgemacht. Juuu. Okay. Ähm. Hey. 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 Hey, du bist runter. Ja, ich warte. Ja, warte. Ich bleib. Ja, geh. Hallo. Hallo. Was ist das? Aua, aua. Hey. Da kam ein Hirn. Nee, das ist... Hey, Faye. Geh mal vor. Nee. Was? Äh, aua. Äh. Wo bringen die nicht auf hier? Tür? Aber da hinten... Was? Ey, was? Boah, shit. Sie gehen die Tür nicht auf. Weil wir da hinten irgendwo hin mussten. Da ist eine Plattform da oben. Da... Auf der anderen Seite war nämlich ein Trambolin. Ach so, ja, dann... Komm, wir ja nur die Setzen. Einer muss nämlich... Da hinten ist nämlich ein Trambolin. Loser. Äh. Da oben der... Knopf. Juhuuu. Oh. Juhuuu. 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 Dahin. Ach. Nein. Ey, das ist ein Tantra. Tantra. Hat ein Tantra? Oh nein. Tantra. Oh. Äh. Da ist noch ein Knopf. Ja, bitte runter. Geh weit. Nein. Oh nein. So, blau. Warum blau? Keine Ahnung. Grün. Echt? Wieso grün? Jetzt blau. Jetzt blau. Jetzt grün. Jetzt grün? Wo? Na weiter? Nein. 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 Kann doch nicht sein. Wo ist das Ding hin? Wo ist das Ding hin? Wo ist das Ding hin? Hallo? Wo ist das hin? Du hast es kaputt gemacht. Das ist... Hallo? Nein. Pio, das Ding ist weg. Habs noch so. Jaja, ich hab ja so. Jaja. Wo ist das Ding hin? Ich hab das noch... Ich werf einfach mal das. Was ist das? Was ist das? Wo ist das Ding hin? Wo... 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 Wo ist das denn hin? Äh... Aua! Ich hab das irgendwo... Äh... Ich weiß es nicht. Wo ist das denn hin? Das ist kaputt gemacht. Ich... Ich war nicht. Hallo? Kommt das wieder dann? Warte mal auf... Nein! Keine Zeit! Nein! Doch, doch! Hier! Oh! Weil einer muss da durch, um die Tür hier zu öffnen. Oh nein! Ist das Ding wieder da? Das Ding hin! Ich muss mal ganz den Rand nehmen. Ganz den Rand. Nicht mittig. Ganz den Rand. Ganz links. Nimm doch den Rand! Du hast das irgendwo hin katapultiert. Ja! Hab ich ja... Oh! Ich kann noch! Ich kann noch! Ich bin... Äh... Oh! Äh... Was ist das Ding jetzt? Ich kann mich nicht mal bewegen! Ich kann mich nicht mal bewegen! Ich häng fest! Boah! Was ist denn das Ding jetzt zu hart? Es geht wieder! Nein! Hey! Hey! Ich hab nichts gemacht! Du hast mich in die Dings gekegelt! Wo ist denn das Ding hin eigentlich? Das hab ich irgendwo hin! Oh! Es hat ja irgendwie spawnt! Noch mal oder lieber eine andere? Nein! Weg 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 weg! Ähm... Hast du schon aufgenommen übrigens? Ja natürlich! Nicht! Boah! Zeit oder Leben? Leben, ne? Leben ist besser, oder? Okay! So! Zeit oder Leben? Ich mach's mal! Ja! Okay! So! Zeit oder Leben? Ich mach's mal! Ach schon! Ja! Ja! Lass los! Lass los! Ja komm wir neben Leben! Ja komm wir neben Leben! Übrigens Herr Do! Ja! Ich hab schon ganz coole Maps gefunden! Aber die Kacken war alles! Wo ist es? Ja wir müssen aber alle durch! Also... Tja mit! Na! Aua! Nein! Heiß! 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 Brenn mich doch nicht an! Was tust du? Gewichs, wenn? Wenn? Ja warum? Ich gucke! Heiß bist du? Aua ey! Ah! Heiß! Heiß! Es brennt! Nein! Ah! Ich hab den Kopf abgeschlagen! Ja man geht das! Ey! Nein! Warum schmink ich denn? Soll doch unter mich laufen! Ups! Autsch! Ja! Hier brennt irgendwer! Äh! Achso! Oh ne! Da möchte ich jetzt gerade nicht! Ah! 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 Ja! Unterhalb der Map! Ah! Wo ist denn das? In 5000 irgendeine Hustiler? nein weil ich nicht mehr die Brände die Brände ob ich das noch schafft nachdem ich schaffe es nicht und vorher so gemeint warum kann ich jetzt schon gar nicht das gibt's doch nicht muss man so gut darunter kommen wer hat den Blutkopf gar nicht Wie soll man hier runterkommen? Alter, warum rennt ich denn jetzt schon wieder? Das gibt's doch nicht! Wie war dat? Seid ihr mich immer anzündet? Äh? Ich verbrenne mich nie am Feuer, nur an euch. Stimmt. Au! Aber dafür wurde ich in zwei geschnitten. Ich glaub. Ey! Ey, zuhuhuhuhu. Oh mein Gott. Oh, shit! Au! Was war das? Wer war das? Nein, wer war das? Es ging ihm nicht gelaufen. Groll. Nein, ich bin wieder! Nein, ich bin wieder! Och, Mann! Johnny geht erst mal zurück, zündet nie an. War plan, nein. War voll... Ich wollte eigentlich keiner anzündet, ich bin zurückgegangen. Ja, du hast mich angezündet. Fette. Hab ich die Flamme in dir entzündet, ja? Punkt, du Blödmann. Nee. War kurz vorm Spawnpunkt. Äh, 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 äh. Aua! Ach, stre... Oh, was ist das denn mit den Hühnern? Wo müssen wir denn hin? Nein! Nein! Flieghuhuhen,��hhijllie! Du blöder Affe... Ah! Oh, shit! Und jetzt? Wie kommt... Wie kommt man denn da runter? Der muss... Höh! Nein! Hier wirft doch einer mit Eiern, das glaub ich doch gar nicht. Ahhhh! Nein! Das ist gar nicht heiß, das ist gar nicht heiß. Und da ist es aber heiß. Ich lauf. Oh nein, nur noch drei Leben! Nein! Nein! Zu weit! Willst du mich verarschen? Ah, ich hätte den Kopf schmeißen sollen! Ah, ich bin out! Ich dachte auch, ey! Nein! Ich kann keinen Huhn anfassen! Doch! Kann ich wohl! Ha! Nein! Shit! Jetzt wo ich gerade rüber geschafft hatte! Nein! Nein! Geht mir out! Ich auch! Victory! Ich hasse das Spiel! So! Alter! Das Spiel mobbt mich! Oh! Oh nein, das gibt's doch nicht! Burn Burn 2! Burn Burn 2! Warum immer Feuer? Hier zündet mich jeden dann! Herr Domo? Was soll das denn heißen? Ich kann nicht! Ich würde was schreiben! Alles klar, tschau! Geh in die andere Richtung! Oh nein, das ist nicht! Halt immer auf! Shit! Ich hasse Feuer! So dicht! Nein! Ich glaub wir hätten den Kopf werfen müssen! Ja! Lalala! Lalala! Da-da! Da kann man nochmal den Kopf werfen! Äh... Wann das rechte Maustaste? Ähm... Maustaste! Hm? Haha! Aua! Haha! Ben mal wieder! Oh! Nein! Nein! Über den Checkpoint! Über den Checkpoint geflogen! Das gibt's doch nicht! Oh! Ne, ne? Schon wieder Feuer? Das gibt's doch nicht! Ei! Nein! Nein, 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 nein! Oha! Nimm den Kopf! Nimm den Kopf, schmeiß! Schmeiß den Kopf doch verdammt nochmal! Halt den nicht fest! Schmeiß den! Nein! Nein! Feuer! Lass mal Anlauf nehmen hier! Hopp! Nein! Aua! Bin auch in die Granatik reingeworfen! Höh! Spring noch! Nein! Da war eine einzige Bombe! Und ich kurz vor dem Checkpoint! Und dass man gut, dass das Spiel nicht aggressiv macht... Macht das doch nicht! Nein! Brennt der Schädel eigentlich auch? Ja! Ach Mist! Nein! Ja, wenn du... Mach nix! Mach nix! Mach nix! Mach nix! Mach nix! Danke, dass du mich angezündet hast! Kann gar nix! Ja! Ich roll doch hier! Als Schädel roll ich hier! Ich mach hier... Oh! Reine Kopfarbeit! So! Gib mir denn hier noch? Ach, dann muss man nach oben! War ja gut! Nach oben?! Oh nein! Nein! Oh nein! Hier brennt einer! Sieht ein bisschen verkrukelt aus, finde ich! Nein! Nein! Hier brennt einer! Sieht ein bisschen verkrukelt aus, finde ich! Nein! Kurz vorm Ziel! Der cheatet! Das wird schon, warum auch immer! Ups! Wird! Muss mich schon wieder angekuckelt, ey! Ey! Nein! Der cheatet doch! Und schmeißt Bananen! Ach ne! Nein! Geh nix! Toll! Stuhl davor! Gibt's doch nicht! Gehst du da rein? Sag mal! Ey! Ey! Ähm! Nein! Nein! Warum denn? Warum denn? Ja, das bin ich! Ach shit! Guck mal! Der rollt auch im Kopf! Nein! Äh! Der Stuhl ist im Weg! Ah! Ja! Loser! Nein! Ich seh nix! Willst du mich verarschen? Ich seh nix! Ich seh nix! Ich seh nix! Das Spiel ist doof! Ich seh nix! Wir müssen hier respawnen! Ich seh nix! Oh! Was? Einer hat er nur geschafft! Als einziger! Als einziger! Der cheatet! Ja, der sowieso!